Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Herzlich Willkommen in der Kaiserville-Belächtskirche zum Mittagsgebet. Fünf Minuten der Ruhe, des Hörens, des Gebetes, des Nachdenkens und des Hoffens. Zu Beginn möchte ich Ihnen einen Vers vorlesen, mit Ihnen beten, aus dem Gesangbuch. Es ist ein Text von Thomas Münzer, im Gesangbuch finden Sie unter der Nummer 3. Wir bitten dich, o Heiliger Christ, der du zukünftig Richter bist, der uns zuvor dein Willen tun und an dem Glauben nehmen zu. Lob, preis sei, Vater deiner Kraft und deinem Sohn, der Allgemeinschaft, dem Heiligen tröste auch zugleich, so hier wie dort im Himmelreich. Amen. Witel 5.11 – Witel 5.11 – Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020